Hallo meine Lieben, wir sind schon fast in der Sommerpause bei einem Eis und Cappuccino, aber noch nicht ganz, weil es gibt noch viermal die Chance, dass ihr zu einem meiner Gastspiele kommen könnt, wenn ihr wollt, im Juli noch, und zwar am 22. Juli in München, Trudering, dann haben wir am 29. Juli in Amberg, am 30. Juli in Bad Philbel, die Schlossfestspiele, vielleicht gibt es noch Karten, ich weiß es nicht, und am 31. in 67593 Westhofen, Gut Leben am Moorstein, das ist ein Hotel, aber da passen wenig rein, also müsst ihr da überall schauen, dass ihr noch Karten kriegt, ich freue mich euch zu sehen und ich verspreche euch, dass ihr bei dem Programm Dauerbrenner, das große Jubiläumsprogramm, bestens unterhalten werdet, mit Liedern und Texten und natürlich auch viel Zeitkritik, eure Lisa Fitz. Vielen Dank.